Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, alle lieben Freunde, willkommen zurück zu Splatoon. So, äh, wie komme ich denn jetzt hier wieder runter? Wenn wir es mal einer verraten. So. So. Äh, ey. Okay. Mhh. Wat ne eklige Suppe. Und jetzt bin ich wieder hier. Gut. Das ist gut. Und meine Doppler hätte ich gern wieder. Okay. Cool. Hopp. Was sind das für Dinger? Also. Also, ja, ich weiß, was das für Dinger sind, aber ist das ganze Scheißzeug hier so aufgebaut? Ist das alles schön linear oder was? Hä? Ähm. Warum genau sollte ich das tun? Was ist das für Dinger? Mhm. Mm-hmm. Oh! Okay. I got this. Mm. All right. Hi. Mit Vorgaben von Artie. Verschiebung gen Wahnsinn. Das wird scheiße. Ich sag's euch direkt, das wird scheiße. Hi. Okay, Splatdang. Ich setze diese Waffe ein, beschere mir viele, viele Daten. Leck mich. Hopp. Ja. Wo ich mich sei. Okay. So, hohe Gewalt ist heute unser Thema. Hi. Cool, ein Schlösser. Checkpoint. Checkpoint. The Freaks, ey. Seid ihr danach ein bisschen exhausted? Fuck you. Okay. 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 Alles klar. Gut. Gut. Okay. Hopp Ja, ich lass dich jetzt einfach mal so stehen Ist doch wohl okay, oder? Hopp 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 Nice Vielen Danke Äh, ja You got anyone left, bro? Nur noch eine? Okay Die Viecher direkt Granate, wir schießen mal lieber auf die Granate Ich schießen wirklich zuerst auf die Granate Aber das ist wirklich einfach stumpf dekoriert hier, wie in dieser super tollen Zeitschrift, die wir da gefunden haben Nice Not bad Missdinger Na Hopp Hopp Oh Schön für euch Hi Dein Gesicht, Mann Ich werde hier noch irgendwo... Natürlich werde ich hier noch irgendwo verschoben. Verdammte Aktion. Es tut mir aber leid, dass dir ein bisschen die Puste ausgeht. Oh, cool. Bleib dran, Nummer 4. Wow, hi! Da könnte ich mich jetzt dran gewöhnen. Wait, what? Wo willst du hin? Ah! Das war gemein. Äh. Hopp. Der Schwatten... Nein! Spring doch, du... Blödes Teil. Okay. Okay. Ok. Ok. Woh! Um... Dein Ernst? War mal voll. Nicht dein Ernst jetzt. Wie komm ich denn da hoch? Okay. Okay. Na gut, jetzt müssen wir wohl erstmal eine Runde warten. Fuck. Jo. Naja, auch nicht so. Lass mich da doch dran, Mensch. Gemeinheit. Tja, ähm... Jo, nun. Oh so. Waiting Simulator 2017. Das ist ja no problemo. Was ist eigentlich in diesem Kasten von dieser Splatling so drin? Kann man natürlich nicht sehen. Kann man auch auf meinen Kopf fixieren. Ja, nun, äh... Ich kann ja so langsam mal anfangen, da hinten zu besprühen. Erb wäre nichts Besseres zu tun. Hopp. Nein! Dude. Was ist der? Ach, Mann! Ich hätte echt noch überleben können. Cool. Okay. Wo bringe ich mich dann in Sicherheit? Oh, nein, 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 nein. Nicht so weit. Hi. Mhm. So, da will ich drauf. Oh, und dann kannst du dich einmal umkippen. Na, kann ich da zumindest Tinte draufsprühen? Ja, kann man ja. Ja, so. All over the place. Okay. Ist gut. Alles gut. Ganz ruhig. Wir können das mal ganz entspannt machen. Wir können ganz entspannt aufladen. Nein! 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 No! Wie geht das? Das ist kacke. Ich muss das erst komplett besprühen, mich auf diesen blöden schwarzen Balken stellen und dann einmal rumschwimmen. Es geht nicht anders. Kacke! Arty, halt die Fresse. Das hat mich jetzt echt... Ich war ja auch kurz davor, aber wir wetten. Jetzt bin ich wieder zickig. Das ist, äh, das ist nicht gut für meinen Enkling. Aber solche Passagen sind auch doof, Alter. Das Spiel, ganz im Ernst, also es ist okay, äh, aber es kann echt kein Platforming. Dafür ist die Steuerung einfach zu behindert. Viel zu wackelig. Und diese blöden Octodaleks machen es auch nicht besser. So, da habe ich ein Leben wieder. Das ist sehr schön. Komm schon, Mann. Ich habe eine Gatling. Ich will da reinrennen können und alles ficken. Ich will da rein. Ich habe eine einzige Stärke, dass ich besser recovern kann, als die. Hopp! Not me! Black! Black, black! Hopp! Hopp! Jo! Stirb schon! Gut, dass ich nicht weitergelaufen bin, so blind, wie ich war. Gott. Das ist okay. Komm schon, mach das mal bitte auf. Sweet! Mach deinen Scheiß! Mach deinen Scheiß! Grrrr! 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 Infinite Inc. Blink! So. Und ihr steht da sowieso wie die Pappmännchen. Schlag! Au. Wäre ihr Mut, egal, die ihr killt. Nein! Ich hab's echt zu eilig. Hä? Ich muss diese Pappkameraden ernster nehmen, aber... Ich kann einfach nicht. So. Die already! Und schon, muss ein bisschen schneller werden. Regenerier den Scheiß doch! Blöder Bengel. Hopp! Vielen fucking Dank. Hm. Fein! So! Meine Güte! Tja, was mach ich denn jetzt? Eigentlich hab ich keinen Bock auf so monströse Überlänge. Guck doch kein Schwein, wenn da schon 30 Minuten auf dem Video steht, oder? Dann, äh, hab ich jetzt wohl keine andere Wahl, als mitten im Levelschluss zu machen. Tut mir ja auch leid, Leute. Aber ihr müsst liken, abonnieren, kommentieren und teilen, um das nächste Video gucken zu dürfen. Oh yeah! Okay, Blank out! Da ist ja...